Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat heute für erhebliche Beeinträchtigungen im Flugverkehr gesorgt. An zahlreichen Flughäfen legte das Bodenpersonal für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Viele Flüge waren verspätet oder fielen ganz aus. Mit dem Warnstreik wollte die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber von Bund und Kommunen noch einmal erhöhen. Morgen findet in Potsdam die entscheidende Verhandlungsrunde statt. Verdi-Chef Frank Psirske ist zufrieden. In den vergangenen anderthalb Wochen hat seine Gewerkschaft etwa 200.000 Beschäftigte mobilisieren können, um den Forderungen nach Melon Nachdruck zu verleihen. Streikschwerpunkt heute waren die Flughäfen. Ob in München, Köln, Düsseldorf oder Frankfurt, hunderte Maschinen blieben am Boden. Flugausfälle und Verspätungen waren die Folge. Verdi will den Druck erhöhen. Der Streik heute an den Verkehrsflughäfen in der Bundesrepublik setzt noch einmal ein klares Zeichen der Ernsthaftigkeit. Aber auch ein klares Zeichen für die Konfliktpotenziale, die in den Betrieben vorhanden sind. Und ich setze sehr darauf, dass die Arbeitgeber es verstehen. Denn mit dem Angebot von zuletzt 3,3 Prozent für zwei Jahre ist Verdi nicht zufrieden. Die Arbeitgeber glauben aber, nicht mehr finanzieren zu können. Jede Tariferhöhung, die über das, was die einzelnen Arbeitgeber in den Haushalten vorgesehen haben, muss ja ergänzt finanziert werden. Es führt dazu, dass die Kindergartenbeiträge wahrscheinlich wieder steigen. Es führt dazu, dass die Buspreise auch wieder steigen. Die Gewerkschaft besteht weiter auf eine Lohnerhöhung von 6,5 Prozent, aber mindestens 200 Euro mehr im Monat. Die 200 Euro sind eigentlich für mich der Motor, da mitzumachen, weil damit die unteren Gehaltsgruppen endlich mal ein bisschen davon profitieren würden. Aber nicht nur die Flughäfen wurden bestreikt. In Rheinland-Pfalz fuhren in vielen Städten weder Busse noch Bahnen. Tausende Fahrgäste mussten sich Alternativen suchen. Bundespräsident Gauck und sein polnischer Kollege Komorowski haben die besondere Beziehung zwischen ihren Ländern betont. Gauck sagte am zweiten Tag seines Antrittsbesuchs, Deutschland und Polen verbinde der Kampf gegen die Diktatur in der Vergangenheit. Polen sei für ihn das europäische Land der Freiheit. Gemeinsam mit Komorowski will er nun die deutsch-polnische Freundschaft vertiefen. Nach dem Gespräch traf Gauck auch den polnischen Regierungschef Tusk. Hände schütteln beim polnischen Premierminister. Bundespräsident Gauck machte Donald Tusk in Warschau seine Aufwartung. Ein halbstündiges Gespräch in entspannter Atmosphäre. Und hinterher stellte Joachim Gauck etwas sehr Wichtiges verblüffend einfach fest. Ich bin 72 Jahre alt. Ich überblicke eine lange und immer, nicht immer gute, sondern oft böse Geschichte zwischen Deutschen und Polen. Das berührt mein Herz deshalb, weil diese dunklen Schatten der Vergangenheit, meinen jetzigen Besuch, überhaupt nicht getrübt waren. Schon vormittags bei einer Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Komorowski war aufgefallen, wie herzlich die beiden Staatsoberhäupter, denen beide Freiheit sehr wichtig ist, miteinander umgehen. Wir mussten beide für unsere Freiheit kämpfen. Wir hatten uns was zu sagen. Ihr Besuch, Herr Präsident, ist ein Symbol für immer bessere deutsch-polnische Beziehungen. Das geht viel weiter, als normale Staaten miteinander umgehen. Das ist viel, viel mehr als einfach nur Versöhnung. Die beiden wollen sich oft treffen, erklärten sie. Und polnische Medien aller Richtungen beglückwünschen Gauck zu einem gelungenen Einstand. Er wirkte wie ein Politiker mit großer Erfahrung, Joachim Gauck auf dem schwierigen diplomatischen Parkett in Polen. Instinktiv traf er den richtigen Ton. Herzlich, warm, persönlich, weniger Repräsentant, mehr Sympathieträger. Vorschuss-Lorbeeren hatte Gauck genug. In Polen hat er bewiesen, dass sie berechtigt waren. Aber jetzt müssen den Worten Taten folgen. Ein Jahr nach dem Ausbruch der Gewalt in Syrien zeigt sich die Regierung in Damaskus angeblich verhandlungsbereit. Wie der UN-Sonderbeauftragte Annan mitteilte, hat die syrische Führung in einem Schreiben seinen Friedensplan akzeptiert. Er umfasst unter anderem eine Waffenruhe und Gespräche über eine politische Lösung des Konflikts. Aus Damaskus gibt es allerdings noch keine offizielle Bestätigung. Nach einer neuen Schätzung der Vereinten Nationen sind bei den Kämpfen bislang 9000 Menschen getötet worden. Der diplomatische Durchbruch kam während des Besuchs in China. Der Sondergesandte von UN und Arabischer Liga, Kofi Annan, vermeldete über einen Sprecher, dass Syrien seinen Friedensplan akzeptiert habe. Dieser sieht als wichtigsten Punkt ein sofortiges Ende der Gewalt vor. Das ist positiv. Nun kommt es darauf an, dass die Zusage des syrischen Regimes in die Tat umgesetzt wird. Doch von Präsident Assad, heute auf einen Besuch in der von seinen Truppen zurückeroberten und stark zerstörten Stadt Homs, kam bislang keine offizielle Bestätigung. Zu seinem verbalen Zugeständnis kam es offenbar auf Druck der internationalen Gemeinschaft. Und vor allem der Tatsache, dass Syrien zunehmend auch die Unterstützung seiner verbliebenen Partner China und Russland verloren hat. Die syrische Exilopposition bleibt skeptisch. Sie wäre von einer ernst gemeinten Zustimmung zum Friedensplan hoch erfreut, befürchtet aber, dass Assads Ankündigung ein weiteres Lippenbekenntnis ist. Das Regime hat alle bisherigen Vereinbarungen missbraucht und wird auch diesen Vermittlungsversuch dazu benutzen, Zeit zu gewinnen und seine eigenen Ziele zu erreichen. Unterdessen ging die Regierung weiterhin gegen die Opposition im Lande vor, wie diese Internetvideos belegen sollen. Wie hier in Homs kam es nach Aussage von Regimegegnern auch in der Provinz Idlib im Norden und Sabadani an der Grenze zum Libanon zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Wäre die Entscheidung für den Friedensplan ernst gemeint, hätte das Regime jederzeit die Möglichkeit, die Waffen hohen zu lassen. Die Spitzen der Bundestagsfraktionen haben sich heute über die Verabschiedung des Fiskalpaktes abgestimmt. Der Vertrag soll für mehr Haushaltsdisziplin in der EU sorgen, unter anderem mit automatischen Strafen für Schuldensünder. Weil das einen Eingriff in nationale Hoheitsrechte bedeutet, muss der Bundestag den Pakt mit Zweidrittelmehrheit beschließen, also auch mit Stimmen aus der Opposition. Die aber will sich noch nicht auf die von der Koalition eingestrebte Entscheidung vor der Sommerpause festlegen lassen. Draußen vor der Unionsfraktion wird noch versucht, einen Neinsager auf Linie zu bringen. Denn um den Fiskalpakt zu verabschieden, das weiß die Kanzlerin, sind zwei Drittel der Stimmen im Bundestag nötig, auch aus der Opposition. Aber SPD und Grüne stellen Bedingungen für ihre Zustimmung und bestehen auf eine Finanztransaktionssteuer, also einer Besteuerung von Finanzgeschäften. Wir müssen aber schlicht und ergreifend darauf hinweisen, was der Finanzminister auch gemacht hat, dass es bisher keine Einigung darüber gibt, dass in der Währungsunion, in der EU, eine solche Steuer umsetzbar ist. Entgegen dem straffen Zeitplan der Regierung will die SPD die Abstimmung verschieben. Man brauche ausreichend Zeit, um alle Rechtsfragen zu klären. Außerdem hält man die Finanztransaktionssteuer in der Eurozone sehr wohl für durchsetzbar. Es liegt nur im Moment nicht an Luxemburg, den Niederlanden, Österreich oder anderen, sondern gegenwärtig liegt es daran, dass die Bundesregierung sich intern selbst blockiert. Die Grünen halten eine Schuldenbremse allein nicht für ausreichend. Sie wollen den Fiskalpakt mit einem Wachstumsprogramm verbinden. Diese Frage Wachstumssympose muss in eine solche Entscheidung mit eingehen, weil wir glauben, es reicht nicht nur zu sparen, es muss auch investiert werden. Auch wenn sich noch keine Einigung abzeichnet, am Donnerstag berät der gesamte Bundestag erstmals über den Fiskalpakt. Zusammen mit dem Fiskalpakt will die Koalition vor der Sommerpause auch den ständigen Euro-Rettungsschirm ESM durchs Parlament bringen. Doch es wird weiter darüber gestritten, ob sich die Eurozone damit ausreichend gegen die Schuldenkrise wappnet. So kommt jetzt ein Appell von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Die bisher geplanten 500 Milliarden Euro müssten auf eine Billion verdoppelt werden. Das sei nötig, um die Märkte zu beruhigen und Spekulanten abzuschrecken. Gasleck an einer Bohrinsel in der Nordsee. Aus einer Förderplattform des Totalkonzerns vor der schottischen Küste tritt seit zwei Tagen unkontrolliert Gas aus. Alle 238 Arbeiter wurden inzwischen in Sicherheit gebracht. Die Küstenwache errichtete rund um die Bohrinsel eine Sperrzone für Schiffe und Flugzeuge. Nach Angaben von Total hat das ausströmende Gas einen Film auf der Meeresoberfläche gebildet. Außerdem stehe eine Wolke über der Anlage. Es könne Monate dauern, so der Betreiber, bis das Leck geschlossen sei. Nach Strategien gegen die Radikalisierung junger Muslime haben heute Politiker, Sicherheitsbehörden und Verbände gesucht. Bei der Tagung in Berlin ging es um Erfahrungen mit einer Initiative, die Bundesinnenminister Friedrich vergangenes Jahr angestoßen hat. Polizei und muslimische Gemeinden arbeiten in sogenannten Sicherheitspartnerschaften zusammen, um frühzeitig zu erkennen, wenn junge Muslime in den Extremismus abdriften. Der Minister warnte, islamistische Terroristen seien weiter eine große Gefahr für Deutschland. Ein islamistischer Hassprediger im Internet, der zu Anschlägen in Deutschland aufruft. Aber dennoch muss und wird es, so Allah will, in Deutschland eine Serie von Anschlägen auch gegen das Volk geben. Einzeltätern, die sich im Internet radikalisieren, sei schwer auf die Spur zu kommen, so heute der Innenminister. Umso wichtiger sei die Sicherheitspartnerschaft mit den muslimischen Organisationen. Sie alle wissen, dass die überwältigende Mehrheit der Muslime, die in unserem Land leben, in unserer Gesellschaft lehnen, Terrorismus nicht nur scharf ablehnen, sondern auch sehr offen sagen, diese Menschen diskreditieren unsere Religion. Im Internet finden sich inzwischen professionell gemachte islamistische Propagandamagazine auch mit Anleitung zum Bombenbau. Doch oft sind gar nicht die Inhalte entscheidend für eine Radikalisierung, eher persönliche Probleme. Das, was wir im Moment erleben, ist im Grunde der Versuch der Radikalisierung bestimmter Gruppen junger Menschen, die aus Ungerechtigkeitsgefühlen heraus oder weil sie als Verlierer sich selbst sehen, den Anschluss an extremistische Gruppen möglicherweise dadurch finden, dass man ihnen vorgaukelt, dass hier eine soziale Bindung entstehen kann. Die Muslime müssten sich in Deutschland akzeptiert fühlen. Das, so die muslimischen Verbände, sei die beste Prävention. Wir müssen deutlich machen, dass Erfahrung von Diskriminierung, dass gerade die Erfahrung von Ausgrenzung, auch Islamfeindlichkeit dazu führt, dass diese Menschen mit ihrer verbrämten religiösen Vorstellung sich dann ihrerseits radikalisieren. Wie man der Terrorpropaganda im Internet selbst entgegentreten kann, etwa durch Aufklärung und Information, dafür haben die Experten noch kein Rezept gefunden. Am zweiten Tag seines Kuba-Besuches hat Papst Benedikt XVI. auf das Schicksal der politischen Gefangenen aufmerksam gemacht. Nach dem Besuch einer Wallfahrtskirche erklärte das Kirchenoberhaupt, er habe dort auch für die Menschen gebetet, die litten, ihrer Freiheit beraubt oder von ihren Lieben getrennt seien. Es war einer der wenigen stillen, fast privaten Momente auf der Lateinamerikareise Papst Benedikts. In Santiago de Cuba kam er zum stillen Dialog mit der Mutter Gottes, dargestellt in der Statue der Jungfrau von El Cobra, gleichzeitig die Schutzheilige der Kubaner. Anschließend sprach er noch mal zu den wenigen Einwohnern von Santiago, die ihn hierher begleiten durften. Lasst alle, die ihr trefft, nah und fern wissen, dass ich heute der Mutter Gottes die Zukunft eures Landes anvertraut habe. Den Durchbruch bei der Erneuerung eures Landes und die Hoffnung auf das Wohl aller Kubaner. Gestern am Abend feierte der Papst mit 200.000 Menschen in Santiago eine Messe zu Ehren der Schutzheiligen der Insel, an der auch Präsident Raúl Castro teilnahm. Benedikt XVI. forderte die Menschen auf, mit den Waffen des Friedens für eine offene Gesellschaft zu kämpfen. Heute Vormittag verließ der Papst Santiago ohne weiteres Bad in der Menge. Viele Kubaner hat er tief beeindruckt. Ich bin immer noch total aufgewühlt. Ich bin sicher, dass etwas Gutes kommen wird nach dem Besuch des Papstes. Vor knapp einer Stunde ist der Papst in der Hauptstadt Havanna gelandet, wo er Präsident Raúl und wahrscheinlich auch dessen Bruder Fidel Castro zu politischen Gesprächen treffen wird. Möglicherweise sogar Venezuelas Präsident Hugo Chávez, der sich derzeit zur Krebstherapie in Kuba aufhält. Im Trikot der Fußballnationalmannschaft hat sie mehr Tore geschossen als Fritz Walter, Uwe Seeler und Franz Beckenbauer zusammen. Heute hat der Deutsche Fußballbund seine Rekordspielerin Birgit Prinz mit einem Abschiedsspiel geehrt. Vor dem Anpfiff dankte DFB-Präsident Miersbach der 34-Jährigen in Frankfurt am Main für ihre Leistungen. Mit ihren 128 Länderspieltoren habe Prinz dem Frauenfußball ihren Stempel aufgedrückt. Anschließend trat die zweifache Weltmeisterin mit Weggefährten gegen die aktuelle Nationalmannschaft an. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 28. März. Morgen dürfen wir nochmal mit viel Sonnenschein rechnen, dank des Hochs, dessen Zentrum über Großbritannien liegt. Danach ändert sich dann das Wetter. Erst wird es in der Nordosthälfte wechselhafter und kühler, später auch in den übrigen Landesteilen. In der Nacht bildet sich im Osten hier unter Hochnebel sonst nur einzelne Nebelfelder. Am Tag kann es im Osten mancherorts bis in die Mittagsstunden dauern, bis sich der Nebel auflöst, ansonsten viel Sonne. Am Abend ziehen dann im äußersten Norden erste kompaktere Wolken auf. Im Norden und Nordosten mäßiger bis frischer Wind, an der Ostsee einzelne Sturmböen, sonst wird der Wind schwach. Heute Nacht 8 Grad im Rhein-Main-Gebiet, minus 1 Grad an den Alpen. Am Tag 10 Grad auf den Inseln, 22 Grad am Rhein. Am Donnerstag in der Nordosthälfte hier und da etwas Regen und viel Wind. Im Südwesten scheint am Donnerstag und Freitag noch häufig die Sonne. Ansonsten ist es am Freitag meist stark bewölkt und windig. Am Samstag insgesamt wechselhaftes Wetter, im Bergland und im Norden ein paar Schneeflocken. Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Miosga in den Tagesthemen. Sie geht der Frage nach, warum die Polen unseren Bundespräsidenten so mögen. Und sie zieht Bilanz nach einem Jahr grün-roter Landesregierung in Stuttgart. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017